Die sich ihr angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. August 2015 bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung befindet sich in Köln. Die Immobilie wurde 1900 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Gästetoilette und einen Keller. Die Etagenwohnung befindet sich in Köln. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 145 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 2.100 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Etagenwohnung ist für weitere Informationen.